Ach du lieber Himmel, wie sieht's denn hier aus? Eins, zwei, drei! Es handelt sich um das Rezept für den Saar-Kraften. Saar-Karren-Arten-Zumügen, Herr veröffentlichen Mundspunkt. Eine Giftküche ist das. Die Zukunft der Welt liegt in unserem Pfoten. Pfoten würde ich nicht sagen. Noa, das tut weh! Was machen wir denn jetzt?